Die Glücklichkeitsformel. Wenn du diese Formel kennst und richtig anwendest, dann wirst du ausnahmslos und bedingungslos glücklich. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich wirklich riesig, dass du wieder mit am Start bist. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein ins Thema. Was ist die Glücklichkeitsformel? Glück bzw. Lebensfreude ist gleich Realität geteilt durch Erwartungen. Ich sage es nochmal. Glück bzw. Lebensfreude ist gleich deine Realität geteilt durch deine Erwartungen. Und mit dieser Formel können wir eigentlich so jedes Glück auf der Welt mit dieser Formel berechnen. Und wenn wir uns die Formel anschauen, dann gibt es zwei Wege, unser Glück zu steigern. Wir können einmal die Realitätsvariable beeinflussen bzw. wir können einmal die Erwartungsvariable beeinflussen. Und was ist jetzt der Fehler, den 99,9% der Menschen machen? Ist, sie versuchen ihre Realitätsvariable zu beeinflussen. Sie gehen davon aus, wenn ich mir eine bessere Realität kreiere, dann ist automatisch mein Glück, mein Wohlbefinden, meine Lebensfreude höher. Und das heißt, wenn sie in einer Wohnung sitzen, dann wollen sie ein Haus haben. Wenn sie in einem Haus haben, dann wollen sie einen Palast haben, dann wollen sie eine Villa haben. Wenn sie 1.000 Euro im Monat machen, wollen sie 10.000 Euro im Monat machen. Wenn sie 10.000 Euro im Monat machen, wollen sie 100.000 im Monat machen. Wenn sie in einem VW sitzen, wollen sie in einem Mercedes sitzen. Wenn sie in einem Mercedes sitzen, wollen sie in einem Ferrari sitzen. Und so weiter. Und das heißt, klar, du kannst auf der einen Seite deine Realität verbessern und optimieren. Dein Lebensstandard wird auch ansteigen. Allerdings wird deine Klügigkeit, deine Lebensrolle, deine emotionale Bandbreite immer dieselbe bleiben. Weil jetzt kommt nämlich der ganze Clou. Deine Erwartungen auf der anderen Seite, die steigen mit an. Das heißt, wenn du 1.000 Euro im Monat verdienst, denkst du dir, Alter, wenn ich 10.000 Euro im Monat verdiene, dann bin ich der glücklichste Mensch auf dem Planeten, dann habe ich Lebensfreude, bin ich in Person. Und irgendwann machst du dann diese 10.000 Euro im Monat und dann denkst du dir, fuck, mein Alter. Meine Freundin, die machen jetzt auf einmal alle 30.000. Und ich habe jetzt gecheckt, dass es ultra easy ist. Warum soll ich mich dann mit 10.000 Euro im Monat zufrieden geben, wenn ich auch 30.000 im Monat machen kann? Und das heißt, deine Erwartungen sind höher geworden und das heißt, an deinem Glück hat sich nichts geändert, weil deine Realität zwar angestiegen ist, aber dafür sind deine Erwartungen proportional mit dir angestiegen. Und das kannst du bei allem so machen. Wenn du ein Haus hast, dann denkst du dir, okay, ich bin klügiger, ich bin auf jeden Fall klügiger, wenn ich eine Villa habe. Ich habe zwar schon ein Haus, aber wenn ich eine Villa habe, dann bin ich auf jeden Fall noch klügiger. Und dann hast du irgendwann eine Villa und dann merkst du, fuck, mein Alter, es gibt Leute, die haben mehrere Villen. Und zwar nicht irgendwie auf dem Land, sondern in München, in der Innenstadt. Ich brauche jetzt eine Villa in München, in der Innenstadt, in Kapstadt und in Dubai. Weil dann geht es mir besser, dann habe ich endlich komplette Freiheit erlangt. Und die meisten Leute checken halt einfach nicht, dass sie ihr ganzes Leben lang versuchen, ihre Realität zu optimieren, allerdings ihre Erwartungen immer gleichzeitig mit ansteigen. Und das heißt, dadurch, dass sie hohe Erwartungen haben, können sie ihre Realität nie wirklich genießen. Weil was ist ein Haus wert, wenn du auch einen Palast haben kannst? Was ist ein 10.000 Euro im Monat wert, wenn du auch 100.000 haben kannst? Das heißt, du zerstörst ja eigentlich mit deinen Erwartungen immer den jetzigen Moment. Was ist eine Pizza wert, wenn es nicht die geilste Pizza auf dem Planeten ist? Was ist ein Date wert, wenn es nicht das geilste Date auf dem Planeten ist? Sagen wir, du machst jetzt einen schönen Abend mit deiner Freundin. Du hast jetzt ultra die hohen Erwartungen, du willst irgendwie was ultra geiles machen und so weiter. Wie sieht die Realität aus? Die Realität sieht aus, dass ihr, keine Ahnung, wahrscheinlich Netflix und kuschelt und so weiter. Und dann denkst du dir, fuck man, ich hatte so hohe Erwartungen und jetzt zum Beispiel Netflix und kuscheln. Aber hättest du diese Erwartungen nicht gehabt, dann wäre das Event, was ihr ja dann gemacht habt, ja voll geil gewesen. Und das heißt, die Differenz zwischen Realität und Erwartungen, das kriegt eigentlich alles Leid. Beziehungsweise all das Nicht-Klücklich-Sein. Und wenn du jetzt checkst, dass du deine Realität zwar optimieren kannst, aber es nicht wirklich zum Glück führen kann, was bleibt dir dann noch für einen anderen Weg? Richtig erkannt. Der andere Weg ist, deine Erwartungen zu reduzieren. Und jetzt kommt's, wenn du deine Erwartungen auf Null setzt, dann ist deine Klügigkeit unendlich. Jetzt werden gleich die ganzen Mathe-Freaks kommen. Ich weiß, man kann nicht durch Null teilen, aber wenn deine Erwartungen bei Null sind, dann ist deine Klügigkeit unendlich, egal wie deine Realität aussieht. Dann kannst du von mir aus von 500 Euro im Monat gerade so durch die Runden kommen. Wenn deine Erwartungen einfach bei Null sind, bist du trotzdem glücklich. Weil du denkst dir, Alter, ich lebe in Deutschland, ich habe den mächtigsten Reisepass überhaupt. Die medizinische Versorgung funktioniert, die Sonne scheint. Und ich bin am fucking leben. Ich bin am fucking leben. Das ist schon Grund genug, glücklich zu sein. Ein Normalbürger hat aktuell mehr als jeder König vor 500 Jahren. Wir leben in Deutschland, wir haben einen deutschen Reisepass, der mächtigste in der Welt. Wir sind am Leben, wir sind größtenteils gesund. Wir können uns größtenteils selbst verwirklichen. Die medizinische Versorgung funktioniert. Wir haben Demokratie im Land. Das heißt, wir haben schon genug Gründe, um ausnahmslos glücklich zu sein. Warum sind wir nicht glücklich? Weil wir Erwartungen haben. Und das heißt, der Key zu einem glücklichen Leben ist jetzt, deine Erwartungen so gut wie möglich auf Null reduzieren. Weil wenn deine Erwartungen so gut wie möglich auf Null sind, dann ist deine Glücklichkeit unendlich, egal wie deine Realität aussieht. Das heißt jetzt nicht, dass du dann für dein ganzes Leben lang irgendwie, keine Ahnung, 1000 Euro im Monat verdienst, weil du ja trotzdem 24-7 glücklich bist. Das heißt dann einfach nur, dass sich dein Antrieb verschiebt von Ego-Aktivitäten zu Contribution-Aktivitäten. Das heißt, du machst die Sachen dann nicht mehr aus dem Ego, aus der Anerkennung heraus, sondern aus der Liebe heraus, aus der Contribution heraus. So, und jetzt die große Preisfrage, wie reduzierst du deine Erwartungen auf Null? Alle Erwartungen kommen per Definition aus dem Ego heraus. Und wenn wir unser Ego schrittweise auflösen, dann haben wir irgendwann keine Erwartungen mehr, weil diese Erwartungen, wie gesagt, aus dem Ego heraus entspringen. Und das heißt, unser Ziel ist die schrittweise Auflösung des Egos. Und keine Sorge, das hört sich vielleicht, es ist besser, als es sich anhört. So, jetzt zweite Frage. Wie lösen wir unser Ego Schritt für Schritt auf? Und es ist relativ easy, indem du deiner Lebensenergie folgst, indem du den Weg der Freude gehst, indem du die Bilder in deinem Kopf verwirrst, indem du auf deine innere Stimme hörst, indem du auf deine Intuition hörst, indem du deinen Traum lebst, der Inspiration folgst, das, was du truly deep down Bock hast. Weil dann machst du die Sachen nicht aus dem Konzeptgedanken heraus, hey, ich muss jetzt ins Gym gehen, ich hasse allerdings ins Gym zu gehen, aber ich will ja den Sixpack haben. Dann machst du die Sachen nicht mehr aus dem Konzeptgedanken heraus, hey, ich muss jetzt Akquise machen, ich hasse Akquise, aber ich will ja 10.000 Euro im Monat verdienen. Wenn du nur noch Sachen machst, die dir Freude bereiten, beziehungsweise wenn du 24-7 deinem Highest Excitement folgst, dann musst du es nicht mehr für irgendwas machen, sondern der Sinn ergibt sich dadurch, dass du dadurch mehr Energie hast, beziehungsweise, dass es dir Freude bereitet. Was sehr, sehr, sehr heftig ist. Das heißt, wenn du deinem Highest Excitement 24-7 folgst, dann kommst du aus dem Konzeptdenken raus, was aus dem Ego heraus entspringt, was aus der Ratio heraus entspringt, dann kommst du aus der Ratio raus, dann kommst du aus dem Konzeptdenken raus, dann kommst du rein ins Herz, rein ins Fühlen und dann brauchst du keinen Weg mehr vor dir, weil der Sinn sich schon dadurch ergibt, dass du die Dinge machst, auf die du in dem Moment Bock drauf hast. Und dann merkst du, hey, das fühlt sich in dem Moment schon richtig an. Das heißt, du machst die Dinge nicht, weil du dir nicht davon erwartest, in Zukunft einen positiven Gefühlszustand zu erhoffen, sondern du machst die Dinge daraus, weil du im aktuellen jetzigen Moment schon diesen positiven Gefühlszustand hast. Und wenn du im aktuellen jetzigen Moment schon diesen positiven Gefühlszustand hast, dann werden automatisch deine Erwartungen kleiner werden, weil there's nothing more. You are already rich. Erfolg ist gleich Lebensfreude. There's nothing more. You are already rich. Und wenn du deinem Highest Excitement folgst, weil jetzt kannst du dir mal die Frage stellen, okay, warum willst du eigentlich Fuck Your Money haben? Warum willst du eigentlich Forbes Verdi an der Verdi haben und so weiter? Warum willst du so krass reich werden? Ja, damit du machen kannst, was du willst. Und wie sieht es in der höchsten Ebene aus, dass du jeden Morgen aufstehst und denkst, okay, auf was habe ich heute Bock? Und dann nochmal granulare gedacht, okay, auf was habe ich in diesem Moment Bock? Was würde ich machen, wenn ich alles machen könnte, jeden Moment lang? Und du denkst jetzt zwar, dass du für das 100 Millionen brauchst, aber brauchst du nicht. Das kannst du auch jetzt schon machen. Anstatt die nächsten 20, 30 Jahre damit zu verbringen, dir irgendwie materielles Vermögen aufzubauen, um dann zu machen, was du wirklich deep down willst, kannst du auch jetzt schon machen. Und ja, du wirst nicht Pro gehen. Du wirst durchkommen, ziemlich gut sogar. Und wenn du erst ausgesorgt haben willst, bevor du diesen Weg gehst, dann wirst du halt merken, okay, fuck man, jetzt hast du extrem viele Glaubenssätze aufgebaut, jetzt hast du extrem viele Konditionierungen aufgebaut, dann merkst du, okay, fuck man, ich kann gar nicht mehr still sitzen. Und dann ist die Deinstallationsphase extrem hoch. Und die Deinstallationsphase kommt bei allen Leuten vor, die den Berg wechseln. Das heißt, der erste Berg, den wir besteigen, ist der Berg des Personal Achievements, aus dem Ego heraus. Dann merken wir, okay, fuck man, das führt nicht zur persönlichen Erfüllung. Dann durchqueren wir das Tal des Lost Seins. Und dann besteigen wir irgendwann den zweiten Berg, den Berg of Contribution, beziehungsweise der Berg der Liebe, wenn du es so haben willst. Und wie lange dieses Tal des Lost Seins dazwischen ist, ist davon abhängig, wie lange du den ersten Berg bestiegen hast, beziehungsweise wie lange die Deinstallationsphase braucht. Und diese ist halt eben davon abhängig, wie stark deine Glaubenssätze sind, die du auf dem ersten Berg aufgebaut hast, weil die müssen alle über Bord geschmissen werden. Und das heißt, wie reduzierst du schrittweise deine Erwartungen? Erstmal keine mehr setzen. Und zweitens, deiner Lebensenergie folgen. So gut wie du kannst, in jedem Moment. Und dann willst du Schritt für Schritt dein Ego auflösen. Und dann hast du keine Erwartungen mehr. Und dann bist du 24-7 glücklich. Das soll es zu diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, beziehungsweise gebt eine positive Podcast-Bewertung ab. Beziehungsweise lasst auf jeden Fall gerne ein Abo da. Würde mich riesig freuen. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao.